Cargo Hi, ich bin Lisa und heute basteln wir schaurige Dekorationen für deine Gruselparty und am besten kannst du die natürlich an Halloween feiern und dazu basteln wir eine Kürbisgelande, Geisterlichterketten und dieses schaurig-gruselige Skelett Als erstes basteln wir die Geisterlichterkette und dazu braucht ihr Klopapier, etwas Klebeband, eine LED-Lichterkette, eine Schere und einen schwarzen Filzstift Zuerst nehmt ihr euch ein Blatt vom Klopapier, denn das wird gleich euer Geist werden Dazu holt ihr euch jetzt die Schere dazu, seid aber vorsichtig, denn das ist ein spitzer Gegenstand Wenn ihr euch unsicher seid, dann holt lieber einen Erwachsenen dazu Ihr nehmt euch nämlich jetzt die Schere, nehmt eine Spitze davon und versucht ganz vorsichtig ein Loch genau in die Mitte des Blattes zu machen Und wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr euch die Lichterkette und stülpt das Loch ganz vorsichtig über das LED-Lämpchen Das sieht natürlich jetzt noch nicht aus wie ein Geist, aber dazu nehmt ihr euch etwas Klebeband Nehmt das ganz vorsichtig in die Hand und drückt es zusammen Könnt das ruhig so ein bisschen knölen und dann nehmt ihr das Klebeband und befestigt oben die Klopapierspitze Dazu nehmt ihr euch jetzt noch den schwarzen Fineliner und zeichnet einfach noch ein Gesicht drauf Natürlich hat der Geist Augen und einen Mund So, das ist jetzt die fertige Lichterkette und wie ihr seht, sind alle Geister unterschiedlich aber zusammen ergeben sie eine gruselige Lichterkette Kommen wir jetzt zu den Gelanden und dazu brauchen wir Papier, eine Schere, einen Bleistift, Klebeband und etwas Schnur Da ich mit euch Kürbisgelanden bastel, nehmen wir das orangene Papier Das falten wir jetzt zweimal, also quasi wie ein Brief Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann fragt eure Eltern, die können das bestimmt Und das Ganze faltet ihr jetzt nochmal in der Mitte Und an dem geknickten Ende zeichnet ihr jetzt einen halben Kürbis ein Beachtet, dass ihr den Kürbis bis zum Balkenende zeichnet, denn da ist dann später die Verbindung zu den anderen Gelandenteilen Habt ihr den Umriss des Kürbis fertig, dann könnt ihr einen Mund einzeichnen Ich mache jetzt mal einen Mund mit Zähnen Hier eine halbe Nase und noch Augen Ihr nehmt jetzt eure Schere und schneidet das Ganze aus Und denkt immer dran, mit der Schere immer aufpassen So, und jetzt kommt natürlich auch noch die Nase Und für das Auge können wir den gleichen Trick nochmal verwenden Dazu nehmt ihr euch einfach den halben Kürbis Und genau da, wo die Spitze des Dreiecks ist, faltet ihr in der Mitte und schneidet das Dreieck ebenfalls aus Wenn ihr jetzt fertig seid, dann könnt ihr das Ganze in der Mitte aufklappen Und tadaa, ist schon ein Teil ihrer Gelandente fertig Die ist jetzt natürlich noch ein bisschen kurz Nehmt euch einfach noch ein Blatt und wiederholt es so lange, bis ihr eure Länge habt, mit der ihr zufrieden seid Ich habe hier zum Beispiel schon mal eine vorbereitet Die ist schon etwas länger Und die könnt ihr euch dann durch das ganze Zimmer hängen Und sorgt dann noch etwas für Partystimmung Das Ganze könnt ihr auch noch mit anderen Motiven machen Ich habe zum Beispiel noch eine Fledermaus-Gelandente gemacht Und am Ende der Gelande könnt ihr dann die Schnur befestigen Und somit könnt ihr die besser im Raum aufhängen Ich habe zusätzlich auch noch eine Geister-Gelandente gemacht Das Prinzip ist immer gleich Faltet einfach euer Blatt, zeichnet eure Figur ein Und achtet darauf, dass am Ende eure Figuren befestigt sind Und schon ist eure Gelande fertig Für das Riesenskelett braucht ihr Pappteller, einen Bleistift, einen schwarzen Filzstift, Schnur und eine Schere Die Pappteller brauchen wir für die verschiedenen Körperteile des Skeletts Und wir fangen jetzt oben an mit dem Kopf Ich zeichne jetzt die Umrandung des Kopfes ein, die ich dann später ausschneide Dann noch die Augen und die Nase Und das ist jetzt das Gebiss Und somit ist euer Kopf auch schon fertig Jetzt geht es weiter mit den Rippen Dazu nehmt ihr euch wieder einen neuen Teller Und weiter geht's Und weiter geht es mit dem Hüftknochen Jetzt brauchen wir noch insgesamt acht Knochen für Arme und Beine Den bereits ausgeschnittenen Knochen könnt ihr auch als Vorlage nutzen So braucht ihr nicht jedes Mal neu einzeichnen Und zum Schluss noch die Hände und die Füße Jetzt könnt ihr noch an beiden Seiten mit der Schere ein Loch machen Und mit der Schnur das Ganze verbinden, bis das ganze Skelett fertig ist Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann sieht euer Skelett so aus Und fertig ist die Deko für eure Gruselparty Marco! Hi, ich bin Lisa und in diesem Video zeige ich euch, wie man diese schaurig schönen Snacks zubereitet Für eure Gruselparty zum Beispiel Fangen wir mit unserem ersten Gruselsnack an Und zwar den kotzenden Kürbis Und dazu braucht ihr natürlich einen Kürbis Nachos Zutaten für Guacamole Salsa Ein Glas Und ein Permanentmarker Fangen wir direkt mit dem Kürbis an Und den müssen wir nämlich jetzt aushöhlen Und dazu nehmt ihr euch ein Messer Das ist natürlich ein spitzer Gegenstand Also wenn ihr euch da unsicher seid, holt euch lieber ein Elternteil dazu Wir fangen jetzt erstmal an, einen kleinen Kreis auszuschneiden Und das ist ganz vorsichtig Und wir müssen den Kürbis jetzt so anpassen, dass dieses Glas auch in den Kürbis passt Was es noch nicht tut Deswegen müssen wir das Loch jetzt noch etwas vergrößern Wenn die Öffnung groß genug ist, dann nehmt euch nochmal das Messer Denn wir schneiden jetzt noch einen Mund Und wie der aussieht, das zeige ich euch jetzt Und die Augen male ich jetzt mit einem Permanentmarker auf Und die könnt ihr wie folgt malen Damit es auch wie ein kotzender Kürbis aussieht Malt ihr einfach zwei Pfeile Die Kürbisschüssel ist jetzt fertig Damit es aber natürlich noch ein kotzender Kürbis wird, brauchen wir noch Guacamole Falls ihr Guacamole nicht kennt, das ist eine Avocado-Creme Und deswegen brauchen wir vor allem Avocados Limetten, Knoblauch, kleine Tomatenstückchen und Gewürze Verteilt ihr einfach die Guacamole so auf dem Teller, dass es so aussieht, als würde der Kürbis kotzen Nehmt ihr euch eure Salsa Und die füllt ihr dann in den Kopf Und zum Schluss verteilt ihr einfach noch die Chips Damit wir auf unserer Gruselparty auch was zu trinken haben Machen wir jetzt noch eine Bohle Und dazu brauchen wir natürlich Wasser Wackelpudding, den habe ich schon mal vorbereitet Ein paar Gummiewürmer Heidelbeeren Litchis aus der Dose Sirup eurer Wahl Eine große Schüssel Und noch einen Handschuh Und mit dem fangen wir nämlich an Daraus wird nämlich eine Eishand Deswegen füllen wir jetzt mal Wasser rein Das müsst ihr jetzt noch zusammenknoten Und die Hand kommt jetzt in das Gefrierfach, bis sie komplett gefroren ist Und jetzt bereiten wir die Bohle zu Und dazu nehmt ihr euch erstmal Wasser Ich habe mich jetzt für roten Sirup entschieden Das kommt erstmal zur Seite Denn wir basteln uns jetzt Augen Und zwar mit Litchis und Heidelbeeren Nehmt ihr euch ein paar Litchis Und wie ihr daraus Augen machen könnt Ist ganz einfach Ihr nehmt euch einfach eine Heidelbeere Und steckt sie in die Litchi Und damit die Bohle auch ein bisschen eklig aussieht Nehmen wir uns den Wackelpudding Und machen den mit der Hand klein Und das könnt ihr jetzt in die Bohle geben Und jetzt kommen noch Gummischlangen dazu Und die Litchi-Augen Zum Schluss kommt natürlich noch unser Handschuh Der ist jetzt tiefgefroren Und den schneiden wir dann so ein bisschen ein Öffnet vorsichtig Legt man dann rein Und fertig ist die Bohle Der dritte Snack sind die Apfelmonster Und dazu braucht ihr grüne Äpfel Marzipan, Schokodrops, kleine Marshmallows Erdnüsse und Erdnussbutter Und wir fangen an und schneiden einen grünen Apfel in vier Teile Dann schneidet ihr noch das Gehäuse des Apfels einfach weg Seid dabei vorsichtig Damit aus dem Apfelviertel jetzt auch ein Monstergesicht wird Braucht ihr natürlich noch einen Mund Und dazu macht ihr einfach zwei Schnitte Und jetzt kommt auch schon die Erdnussbutter zum Einsatz Und die schmiert ihr einfach in den Mund Als nächstes nehmt ihr euch die Erdnüsse Denn das werden jetzt unsere Zähne Jetzt fehlen bei unserem Monster natürlich noch die Augen Und die machen wir aus Marshmallows und Schokodrops Also ich finde ja, Erdnussbutter ist ein super Kleber Aber Marzipan funktioniert dabei auch ganz gut Fertig Das Gruselbuffet ist eröffnet Und ich finde das eine ganz gute Auswahl Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen Und natürlich auch guten Appetit beim Snack Hi, ich bin Lisa und ich habe mir heute Vanessa und Marc eingeladen Weil wir eine Gruselparty feiern wollen Habt ihr Bock? Ja, klar Aber zur Gruselparty gehören ja auch noch Kostüme Und deswegen habe ich mir überlegt Machen wir einfach eine Challenge daraus Mega Oder besser gesagt, ihr challenged euch Und ich habe da nämlich mal was vorbereitet Und zwar Kostüme oder Figuren aus Hotel Transsilvanien Cool Ja, und die dürft ihr nämlich jetzt ziehen Ihr habt 10 Minuten Zeit, um euch zu kostümieren Und ihr dürft alles, was hier im Studio ist, verwenden Hier hinten ist noch eine Kiste mit Kostüm Und hier liegt ganz viel Schminke Also es wird auf jeden Fall sehr bunt werden Ich würde sagen, Vanessa Okay, soll ich anfangen? Fang an Such dir ein Kostüm Okay Mal gucken, was es wird Und Es ist Bendy Bendy Das passt ja, ne? Ich ziehe Warte Das passt auf Hey Passwort Ich muss mich gar nicht schminken Du musst dich gar nicht mehr verkleinern Ich würde sagen, der Countdown beginnt direkt Und zwar Auf die Plätze Fertig Los Okay Ah, ich brauch das nicht Ich will dir nicht mal raten, das ist Textilfarbe Ich würde eher auf diese hier gehen Hau drauf Hau drauf Ich mag das, dass du hier bist Weil Du fängst schon an den Kostümen Du fängst mit dem Make-up an Ja, aber das muss ich hier so Aber der Pinsel ist ja blöd Du musst nicht den Fernmachen hier, ne? Ja, du kannst auch den Schwamm hier benutzen Ja, den Schwamm, ja? Ah, den Schwamm, okay Ja So einen schönen Aber ich kann dir auch einen Tipp geben Hier ist auch noch so eine hellere Grünfarbe Ich glaube, ich finde das ganz gut Und die Narben nicht vergessen und so Du hast noch einiges zu tun, Marc, ne? Ja, nichts Du brauchst dich lieb, Halloween Ja, bist du ein Verkleidungsprozess Genau Ist das die Challenge auf den Leibgeschneider? Ja, klar Halt einmal Guck dir mal die Körperform von der Wendy an Oh, okay Also Marc, es sind vier Minuten schon rum Vier Minuten schon? Ja, du hast vier Minuten in der Gratouwe verbracht Egal Um dir ein blaues T-Shirt zu suchen Warte, pass auf, ich helfe dir Na, guck mal Nach drei Minuten, glaube ich, sind es noch Drei? Mhm Da geht noch was Also, dass hier nicht mal Einsatz ist, ne? Schnell Schnell Am besten machst du hier was runter Nicht, dass du wirklich dein T-Shirt einmalst Okay Ah, ein bisschen Schott ist immer Oh Gott Voller Einsatz hier Du musst gewinnen Kann ja nicht so schwer sein, eine schwarze Brücke zu finden Ah Doch Aber meine Haare sind trotzdem besser als die Ja Das ist ja Ah Die Haare Gib das Punktabzug Was? Das muss so aussehen wie der, ne? Ja, komm Ich verzichte nicht auf diese Brücke Das ist deine Entscheidung Okay Okay, ihr habt nur noch zehn Sekunden Und ich zähl runter Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Ja Vier Drei Zwei Eins Und aus Alles weglegen Seid ja fertig geworden Und es sieht richtig gut aus Richtig gut Das wird auf jeden Fall super schwer, dass du entscheiden, wer von euch beiden gewonnen hat Deswegen vergleichen wir das jetzt nochmal mit dem Original Also ein Gewinner zu bestimmen ist jetzt echt schwer Aber ich muss mal auf jeden Fall auf die Details gucken Und du hast ja eine Zahnspange gemacht, Vanessa Richtig cool Und die Strähne im Haar Oh yeah Darauf hast du auf jeden Fall auch geachtet Und Marc, ich find's richtig cool, dass du sogar deine Fingernägel lackiert hast Und Hände angemalt hast Aber ich muss dazu sagen, keine Perücke Ah Obwohl du natürlich recht hast Die Frisur sieht wirklich aus wie eine Hängfrisur Ich weiß nicht, ob wir das jetzt positiv oder bewerten sollen Aber ja, ich würde sagen, einen klaren Gewinner gibt's auf jeden Fall nicht Ihr seht beide super aus Deswegen würde ich sagen Schön Ihr habt's beide super gemacht Aber wenn man sich so anguckt, dann kriegt man Bock zu feiern Wollen wir Halloween feiern gehen? Soll wir feiern gehen? Oh ja, komm, wir gehen direkt hier feiern Yeah Herzlich willkommen, ich bin Lisa und ich hab Vanessa und Marc bei mir und wir sind schon passend verkleidet für unsere Gruselparty. Und ich würde sagen, wir fangen an mit einem Spiel. Und zwar würde ich sagen, Kürbiswett schnitzen, wie ihr schon sehen könnt. Aber es wäre langweilig, wenn wir zwei gleiche Kürbis hätten. Deswegen gebe ich euch die Aufgabe, einen bestimmten Gesichtsausdruck zu machen und ein Material zu verwenden, was ich euch vorher ansage. Und ich würde sagen, Marc, du bekommst einen gruseligen, wütenden, bösen Kürbis. Und du darfst dazu Zahnstocher verwenden noch. Oh, okay. Zahnstocher. Wie du das machst, das ist dir überlassen. Okay. Und ich bekomm einen? Bröneligen Kürbis natürlich. Nein. Und du darfst bunte Faltenreiniger dazu verwenden. Und ich würde sagen, die zehn Minuten laufen ab jetzt. Okay. Also erstmal. Erstmal hier, ne? Und dann hier in die Schüssel. Genau. Der muss ja noch ausgerüben. Da kann man dann eine schöne Kürbissuppe draus machen. Das gibt eine gute Suppe. Ey, der sieht noch ganz gut aus. Boah, das ist aber echt... Du könntest einige... Wie? So weit bist du schon? Brauchen wir mal die Deckel eigentlich noch? Dieser ganze Inhalt kommt jetzt hier in dieses Schüssel. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Da kommt schon ein Schütze hier. Zack. So, ich bin fast fertig. Der Ressa ist fast fertig. Hast du, du machst zum Abbrüchen, Lene? Ich mach das immer ein bisschen. Mach das zum ersten Mal. Aber ich muss sagen, ich finde das richtig cool. Macht Spaß. Ja, total. Ja, das ist doch die Hauptsache. Jetzt noch fünf Minuten. Also die Hälfte der Zeit noch. Passt fertig? Geht's jetzt nur noch um die Zahnstocher? Nee, ich muss gleich noch mal ein bisschen schauen. Feiert ihr denn eigentlich gerne Halloween? Seid ihr so Halloween-Typen? Oh ja. Ja, ich liebe Verkleiden. Auch mit Perücken und so. Sehr cool. Passt gerade sehr gut. Ich auch. Ich muss nur sagen, ich bin zu faul dafür. Zu faul? Ich bin faul wirklich, um was zu basteln oder zu machen. Aber, deswegen freue ich mich umso mehr, solche Sachen zu lernen, weil die sind ja gar nicht so schwer und dauern auch nicht so lange. Und es macht Spaß. Ja, eben. Ja. Also langsam müsst ihr auch in den Endspurt kommen, weil es sind nur noch zwei Minuten. Okay. Zwei Minuten habt ihr noch. Die Aufgabe kriegt ihr echt gut hin. Also ich sehe schon wirklich einen wütenden Kürbis. Und Vanessa, was machst du noch? Ich mache hier gerade noch die Frisur fertig. Wird ja gerade noch gestylt von Friseur Meisinger. Also bei euch geht es echt in der letzten Minute nochmal... Heiß her. Heiß her, war echt... Okay, Leute. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und Stopp. Es ist echt schwer zu entscheiden, welcher jetzt schöner geworden ist. Also ich... Ja. Also ich sehe auf jeden Fall eine kreative Nutzung der Zahnstocher und das mit dem Kerzenwachsor auch eine echt coole Idee. Aber ich muss sagen, Vanessa, dein Kürbis ist so schön verarbeitet, du hast so tolle Schnitte gemacht und das mit den Pfeifenreinigern. Das ist echt eine coole Idee. Deswegen, muss ich leider sagen, obwohl beide wunderschön sind, durch die Verarbeitung hat Vanessa gewonnen. Macht gar nichts. Herzlichen Glückwunsch. So, und ich würde sagen, ihr könnt schon mal weiter Party machen gehen. Yeah. Danke dir. Komm, Marc. Sehr gerne. Marco. Herzlich willkommen. Ich bin Lisa und ich habe Vanessa und Marc bei mir. Denn wir wollen auf unserer Gruselparty jetzt noch ein kleines Spielchen spielen. Und das heißt süßes oder saures. Habt ihr Bock? Ja, voll. Cool. Die Spielregeln sind folgende. Ihr müsst den anderen zum Lachen bringen und wer lacht, der verliert. Und zwar bekommt der Verlierer eine saure Bestrafung und der Gewinner eine süße Überraschung oder beziehungsweise Belohnung. Ich würde sagen, ich lasse euch jetzt allein und es geht auch gleich los. Okay. Da bin ich schon. Hupsala. Ich würde sagen, die süße Belohnung für Vanessa. Und die saure Bestrafung für den Marc. Darf man den Lachen nehmen? Ihr beißt gleichzeitig rein? Mhm. Und los. Vanessa freut sich. Und? Lecker. Gut. Wie schmeckt's? Irgendwas für Knoblauch. Ich verrate's dir. Es ist Hummus. Ah. Oh nein, ich hab ein bisschen früher losgelacht als du. Aber ich wusste, weil du gelacht hast, Lachen. Jetzt kommt die. Und das ist für dich. Und das ist für dich. Das ist auch wie ein Burger irgendwie. Das riecht schon echt abgewandt. Das riecht schon echt abgewandt. Das riecht schon an der andere Seite. Das riecht schon zu tun. Das riecht schon abgewandt. Das riecht schon abgewandt. Schmeckt nicht so gut? Gar nicht, weil zuerst sagte ich so, ach komm, das geht schon, aber das geht überhaupt nicht. Was ist denn drin? Krümmel. Ups, oh mein Gott. Sorry Vanessa, du hast leider ein bisschen früher gelacht, deswegen bekommst du diesen schönen Donut und Marc, du bekommst nochmal einen Schokodonut. Schmeckt mir nicht? Vielleicht schmeckt es dir auch. Boah, du bist so gemein. Boah, du bist so gemein. Boah, schmeckt das in deinem Gesicht? Boah, ich muss noch mal kurz reinbeißen. Was hast du noch selbst reingemacht? Ja, ich sag ja, die Farbe stimmt nicht so ganz. Boah, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Das heißt, du isst jetzt was irgendwie. Okay. Boah, aber ich hatte echt keine Idee bei dir. Du hast irgendwie immer das gleiche gemacht, habe ich das Gefühl. Was? Das ist doch nur fair. Guck mal. Ja, okay. Einen Schokokuss. Ihr dürft, beißt mal rein. Und? Tatsächlich gegangen. Merkst du was? Was ist das? Ja, was denkst du denn? Ist das gesalzen oder? Nee. Was ist das denn? Nee. Ich will dann nochmal reinbeißen, was ist das? Es hat die gleiche Farbe. Es ist Mayonnaise. Oh, mach ich. Oh, Mann. Okay. Das ist das Schlimmste. Schlimmer als der Kümmel. Okay. Das ist jetzt nicht genau. Nein. Nein. Schlimmste. Es ist halt froh. Oh Gott, er tränen in den Augen. Vanessa, du hast gewonnen. Yay! It's a party, it's a party, it's a party, it's a party. Und ich würde sagen, wollt ihr noch was trinken gehen und ein bisschen noch was essen? Oder seid ihr schon satt? Nee, im Mund ausspülen. Ja, das können wir gerne. Das können wir gerne essen. Machen wir. Vielen Dank, Lisa. Tschüss. Gerne. Tschüss. Ciao.